Nummer 2. Vajana. 2021 geborene Stute von von und zu Dancier Rotspon. Aus der Zucht von Gianna Peters aus Oldendorf im Besitz von Klaus Michaelis aus Barstal. Prämienanwärterin Vajana kann mit ihren drei Jahren bereits überzeugen. 1A prämiert und hochplatziert in Reitpferdeprüfungen. Die von und zu Tochter tritt als ausdrucksstarker Dressurnachwuchs mit überragendem Grundgangartenpotenzial auf und macht im täglichen Training beachtliche Fortschritte. Sie bringt alle Talente für eine erfolgreiche Turniersaison mit und begeisterte bereits im Finale vom Hannoveraner Reitpferdeschampionat. Aus dem Mutterstamm stammt Smiller Kunterbund von San Sisko. Sie ist mit Ronald Lüders erfolgreich im Grand Prix Sport. Nummer 2. Vajana. Amerborn 2021. Sie ist bei von und zu Dancier Rotspon. Ersatz. Marsch. Ersatz. Die materie ist bei zwei Jahren über suspension und die neueودachungen. Ersatz. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020